Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Badwars, jetzt haben wir fast vergessen zu moderieren, anzumoderieren, und zwar spielen wir 4x4 auf Psytoxin mit dem Tywa, ein altes, bekanntes Gesicht, vielleicht kennen ihn einige Leute von euch noch nicht, dann könnt ihr in der Videobeschreibung gucken, so ich mach die mal eben lauter. Die Moderation hatte ich auch fast vergessen. Ja? Ja. Aber du warst ja eh nicht dran. Nee, ich hätte es auch voll versammelt. Von daher. Ja, nicht schlimm. Ich hab's frühzeitig gemerkt. Wollen wir uns rüberbauen sofort in die Mitte, oder? Ja komm, mach mal. Oh, nein, ich trau mich nicht. Hast du mich jetzt so laut gemacht, dass ich mich doppelt höre im Hintergrund? Nein, kann auch gar nicht sein. Okay, dann... Da ist der Kopfhörer drin. War das irgendwas anderes? Boah, Alter, die sind ja schon fast in der Mitte. Aha. Und wir sitzen hier noch und... Ich kenn die Map aber auch gar nicht, oder? Ich weiß es gar nicht. Hier hast du auf jeden Fall einen Sprungboost, die kannst du die ganze Zeit so... Ach doch, wann kenn ich die, glaub ich, doch. Die fand ich damals nicht so cool. Das ist nämlich Gravity. Boah, ich bin hier grad voll lame am Rumbauen. Ne, ich mag das auch nicht, wenn man sich so hochbauen muss zumindest. Das mag ich nicht. Ne. Wow. Was mach ich denn hier vorne? Aha. Was brauchst du da? Ich weiß es nicht. Was wird das? Ich versuch ein cooles Konstrukt zu bauen. Also das Gelb vom... Das Bett von Gelb ist schon mal weg? Ja. Das Gelb vom Bett. So hoch kann ich leider nicht springen. Spring mal. So. Okay. Jetzt kann man sich einfach gerade hochbauen, ne? Achso. Ach, wir sind ja schon in der Mitte. Ja, ja. Das hab ich ein bisschen hochgebaut. Kann sein. Was machst du? Ich geh in die Mitte. Ich baue mich mal oben hin. Oh, die legen aber direkt gut los hier. Okay, dann hab ich einen weggeschnerzt. Warum hat denn jetzt schon einer einen Pfeil und Bogen? Weiß ich nicht. Oh, das... Das war ganz klug von mir. Aber ich bin in der Mitte. Scheiß, ich bin tot. Da hat mich niemand mit Pfeil und Bogen erwischt. Ja, ja. Den meinte ich. Was... Und ich war ein bisschen low. Alter, das... Gar keine Chance. Unser Bett ist man nicht... Okay. Ich versuch den einfach mal... Unser Bett. Ey, die... Die schießen hier rüber. Zu uns? Ja. Oh, dieser Arsch. Geigen. Also ich mein, so wie wir unseren Weg dahin gebaut haben, kommt ja auch erstmal keiner hin. Weil ich da Profi einfach mal mega gut gebaut hab. Gibt's hier auch irgendwo, ähm... Silber oder gibt's hier nur Bronze? Ähm... In der Mitte auf dem Ring, wo man rauf rumlaufen kann. Ah stimmt doch, ja. Da ist das Eisen. Ich hatte paar, äh... Goldbarren schon in der Hand, aber... Hat einen Schlag vom Gegner gereicht. Hm. Ich hatte auch schon welche. Also... Nicht Goldbarren, aber ich hatte... Viel Geld. So. Na, versuchen wir das Ganze nochmal. Definitiv. Müssen wir ja irgendwie. So, warte mal. Kann man hier so... Ach scheiße. Jetzt hab ich nur die eine Seite. Ah, egal. Komm. YOLO, YOLO, YOLO-Mode. Wenn man nichts riskiert, dann kann man auch nichts schaffen. Eben. Eben. Okay. War... War zu viel Risiko? Ja. Da hat ungefähr ein Block gefehlt. Aber okay. Unser Team ist... Unser Team relativ aktiv. Oh. Oh. Ja, wir bräuchten gerade eine kleine... Schutzmauer vielleicht. Die müssen die ganze Zeit penetrieren. Echt? Finde ich uncool. Alter. Da töten die mich einfach mal fast. So, Freunde. Jetzt... Jetzt versuch mal hier hinzuschießen. Kollege. Ja, ne? Jetzt versuchts es mal. Mit doofen Minas. Wow. Oh. Das war klug. Ähm, der Rote, der ist auf dem Weg zu uns. Der schießt hier gerade von Fallen rein. Was? Der kommt, der Rote kommt. Nein. Dann müssen wir den runterhauen. Jo, da ist er. Au. Was? Und der... Hä? Hä? Wer war das? Nein, ey, wie ist der denn hierhin gekommen? Das frage ich mir auch gerade. Von welcher Seite ist der denn gekommen? Ich hab da nur... Oh. Oh oh. Oh damn. Bist du tot? Äh, ne. Ich, äh, lebe noch. Du? Okay. Ist der Typ gestorben? Der ist tot, ja. Hier ist keiner mehr in der Base. Okay, gut. Boah. Ja, ich lebe noch. Ey, wie... Aber... Hä? Berückt. Ja, ne? Also ich hab den nicht mitbekommen. Ne, ich hab nur den einen gesehen, der da stand. Ja, ja. Guck mal, ob die sich irgendwo hingebaut haben, aber nichts. Okay. Vielleicht können wir's noch schaffen. Vielleicht. Wenn nicht, gibt's noch ne neue Runde. Puh. Ja, rot ist ganz schön am Abgehen hier, ey. Was macht der denn dann? Der kommt jetzt hier nicht mehr raus, oder was? Doof, Mann, du. Ey, clever eingebaut, würd ich sagen. So, ich hab bald genug... Ah, kann ich mir nicht schon nen Bogen holen? Kostet ein bisschen, ne? Ja, kann... Oh, ich hätt mir sogar nen besseren Bogen holen können, ich Idiot. Oh, geil. Dann kannst du die Abwehr spielen. Kannst dich erstmal auf Distanz halten, dass wir uns nicht wegschnitzeln direkt. Genau, das ist mein Plan. Ah, das doof ist, das ist so riskant. Aber ich würd super gerne in die Mitte gehen. Wenn jetzt natürlich einer einen Bogen hat und mich abschießt, dann war's das. Ah, fast. Ah, oh ja, nein. Hä, war ich das jetzt? Ne, ich war's nicht. Das ist nicht schlimm. Ah, ich... Was mach ich denn jetzt? Hey, wo bist du denn? Da kommen nämlich ein paar. In der Mitte bin ich. Ich würd den jetzt auch ungern schlagen, weil ich... Denke, die sind besser ausgerüstet als ich. Ja. Unser Freund ist tot. Nein. Doch. Wir sind alleine! Wo ist denn unser vierter Mann? Der ist auch schon weg. Oh, oh. Ja. Ich glaub, der wurde direkt getötet, oder? Oh, oh. Kannst du den zurückhalten? Ähm, der ist... Der geht wieder. Okay. Da kommt aber wieder jemand Neues. Jawoll, getroffen. Ja. Oh, boah. Knapp am Kopf vorbei. Jawoll. Nein, was? Jawoll! Er hat's überlebt. Ach, Mensch. Wie viele Teams du noch? Ach, gelb ist nur einer. Und rot vier. Ja, rot, äh... Werden wir auch erstmal nicht so schnell drankommen. Ja, rot wird das wahrscheinlich machen, denk ich. Wenn wir nicht noch irgendwie... Oh, fast runtergefallen. ...uns supergut machen. Wird... Wo... Ach, du bist da. Okay. Ich brauche hier mal so einen kleinen Schutzweg hin, damit wir hier mal ein bisschen drauflaufen können. Ja. Super. Super duper. Einer ist da hinten noch. Warte mal, ich muss mal meine Waffen auf eins und zwei machen. So! Wie sieht es aus? Wie sieht es aus? Ich hole mir meine Spitzhacke. Ich glaube einer... ...kommt. Einer will kommen. Nein! Oh, da ist er schon! Oh! Oh, 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 oh! Zwei Herzen! Ich bin... ...nicht bleiben! Nee, nee, äh... Ist gut. Okay. Friss den goldenen Apfel oder so? So. Oh nein! Achso, ich hab zum Glück Blöcke. So. Hier! Friss den! Oh! Merci! No probleme. Schön. Was... Der gelbe hatte ich wahrscheinlich eingebaut, ne? Der kommt da gar nicht mehr so schnell raus. War da grad eine Enderperle geworfen, da oben? Weiß nicht, ich seh da auch was, aber ich glaub das war keine Enderperle. Oh fuck. Nein, das sind wahrscheinlich deine Kreise, die um dich herum fliegen, weil du einen Buff hast. Ja, das kann natürlich sein. Dass du grad in deine eigenen Dinger reingesprungen bist. Was? Was hab ich hier denn nicht? Das ist doch schwer hier zu treffen. Die können so hoch springen und alles. Das macht das nicht unbedingt einfacher. Okay, der eine rennt wieder da hinten rüber. Oh, der soll auch ruhig. Ach ja. Ähm. Ja, war grad, hast du das auch gehört, das komische Geräusch? Nee. Habe ich zu angenehm, das wird hier grad irgendein Spiel abstürzen? Nee. Au, nein. Nein. Ähm. Magnetschuhe. Willst du Magnetschuhe haben? Ähm. Wie viel hast du denn? Zehn Millionen. Cool, oder? Zehn Millionen habe ich. Habe ich dir zugeworfen? Ja, habe ich, äh, vielen Dank. Habe ich schon angezogen. Super gut. Ähm. Ich bräuchte generell mal Rüstung. Ich, äh, vollhorst. Ja, bräuchtest du. Weil wenn die einen guten Bogen haben, dann bist du mit zwei Schuss oder einem Schuss tot. Ja, das habe ich fast gemerkt. Okay. Jawohl, getroffen. Yo. Hast du? Krass. Nee, du. Geil. Ah, ich. Oh. Hammer, oder? Wunderbar. Das war so ein No-Look-Schuss. Haha. Der beweist hat seinen ganzen Skill. Äh, ist, oh, auch getroffen. So. Nein. Hä, was? Habe ihn. Hilfe, was? Du bist tot. Hey, das ist einer bei uns in der Base. Yo, ich sehe ihn. Alter, wie kommen die denn bei uns rein? Warum treffe ich den nicht? Habe ihn. Aber wie soll ich denn das Bett von ihnen holen? Aber sag mir mal bitte, wie der bei uns reingekommen ist. Hm, in der Perle? Vielleicht? Ah, ich bin bei dir jetzt. Ich gucke dir zu. Ja, Freunde, jetzt könnt ihr... Huch. Live bei mir den, äh, Cody zusehen. Bombe gezündet. Okay, komm, jetzt YOLO. Ich werde eh sterben. Ja, das hat, glaube ich, eh keinen Sinn. Oh. Voll, schaffste. Unter dir ist einer, ne? Hm. Äh, von rechts kommt einer. Wohl, gib ihm. Gib ihm richtig. Oder kommt noch einer? Ich bin tot. Ja, die waren zu gut. 14 Minuten. Okay. Kommt doch her, hat er geschrieben. Alles klar. Gut. War trotzdem eine kleine Runde. Haben wir zwar verloren, aber ist ja nicht schlimm. Die nächste Runde wird auf dem Kanal von Taiva stattfinden. Das heißt, in der Videobeschreibung gucken, da gibt's ne brandfrische, neue, coole Runde. Wenn das nicht vergisst. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Oder? Tschüss. Tschüss. Haha.